Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin gerade dabei loszulaufen. Es ist 8 Uhr morgens und irgendwie habe ich gerade keinen Bock. Aber ich will heute mal eine 14 Kilometer machen und los geht's nach dem Intro. In ein paar Minuten bin ich schon unterwegs. Bin jetzt kurz vor zwei Kilometern, bin heute wieder in Niedernhausen unterwegs, heute im Feld, beziehungsweise da drüben irgendwo ist Darsbach. Habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, egal. Ich will wie gesagt heute meine 14 Kilometer schaffen. Das ist mein Ziel. Vielleicht ein bisschen mehr, auf jeden Fall nicht weniger. Gucke ich mal, das Wetter ist super. Echt schönes Wetter. Ist nicht warm, ist aber sonnig. Und echt gutes Laufwetter gerade. Ich hoffe, ich kann es für mich nutzen. Wir machen jetzt einen Riesensprung und ich bin schon bei neuneinhalb Kilometern und es läuft momentan ganz gut, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob es so bleibt. Ich habe so Mitteldingen irgendwie bei mir im Kopf. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht heute? Mal gucken. Es kann sein, dass es wirklich auch noch mehr wird, aber es ist gerade so eine enge Kiste. Das ist so ein mentaler Scheiß, der in mir vorgeht. Aber ich versuche dran zu bleiben und mich durchzuweißen. Neuneinhalb habe ich. Gleich zehn. Und dann geht es weiter. Wir haben wieder einen kleinen Sprung. Wir sind bei 13,5. So nett war jedenfalls. Wenn ich da hinten meinen Wendepunkt einhalte, den ich immer mache, hier auf dieser Strecke, sind es 14. Da habe ich mein Ziel erreicht, aber ich muss noch zurück. Das heißt, mindestens 16 heute. Und zur Unterstützung habe ich mir vorher schon einen Energieriegel mitgebracht. Den fresse ich jetzt, ey. Ich habe voll Bock drauf. Erst mal aufkriegen, das Scheißding. Oh, habe ich Bock auf das Zeug gerade. Geil. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, ich glaube, der Energieriegel hat mir nochmal einen Schub gegeben. Ich bin mittlerweile nämlich bei 17 Kilometer. 17 Kilometer. Ich wollte eigentlich nur 14 schaffen, aber bin jetzt weit drüber hinaus. Ich weiß nicht, ob es am Energieriegel gelegen hat. Oder einfach nur, dass die Beine mich einfach so getragen haben. Einfach nur so, weil sie fit sind. Ja, wenn ich jetzt ankomme gleich, habe ich 18 Kilometer. Aber dann reicht es auch. Aber ich wollte nicht mehr. 18 Kilometer ist max. Ich melde mich gleich nochmal von zu Hause. Ich habe mein heutiges Soll erfüllt. Definitiv. 14 Kilometer habe ich hinter mir. Plus vier. Das sind 18. Sau geil. Ich bin voll froh. Ich versuche es im Laufe des Tages in mein Gesicht zu projizieren. Also, könnt ihr nachmachen. Und wenn es nur drei Kilometer sind, geht mal laufen. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblock. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.